Grüß euch, ich bin der Meierhofer Philipp von der Firma Schwarzmeier und ich darf euch heute das Neigste am Rundballenpressenmarkt von der Firma Krone zeigen. Die Firma Krone hat eine komplette Neuentwicklung gemacht, die Waripack, es handelt sich hierbei um die momentan leistungsstärkste Rundballenpresse für Trockengut am Markt. Wir haben da das Modell V165 XC Plus, das heißt die Riemenpresse macht Ballen mit einem maximalen Durchmesser von 1,65 Meter. Dass diese Maschine von Grund aus für höchste Leistungen konzipiert ist, sehen wir schon vorne beim Einzug. Das ist einmal als erstes das große Tausender-Eingangsgetriebe, dann haben wir eine breite, ungesteuerte Web-Up mit gelenkten Tasträdern und eine Besonderheit am Rundballenpressenmarkt ist der Integralrotor. Der Integralrotor beschickt ein 26-Messer-Schneidwerk, wo wir serienmäßig eine Messergruppenschaltung haben, wo wir 2x13 oder alle 26 Messer auswählen können. Beim Antrieb der Maschine haben sich die Ingenieure von Krone ganz etwas Besonderes einfallen lassen. Die ganze Maschine verfügt nur über drei Ketten. Das heißt, der ganze Antrieb ist von vorne bis hinten auch wieder auf Höchstleistung getrimmt. Die Maschine verfügt serienmäßig über Zentralschmieranlage. Auch auf der anderen Seite sehen wir den sehr durchdachten Antrieb mit lauter schwere Kettenantriebe. Die Maschine wird serienmäßig über Luzensig mit Öl versorgt und wie sollte es anders sein in dieser Klasse, handelt es sich natürlich um eine Isopus-Maschine. Die Heckklappe ist für besonders schnelle Ballenzyklen mit Zylindern ausgestattet, die Endlagen gedämpft sind. Ein weiteres geniales Detail ist die Netzrutsche. Die Ingenieure von Krone haben sich da etwas ganz Geiles einfallen lassen. Ich habe das Netz dann da so liegen, hebe es aus und schiebe es mir einfach passend zu und kann sofort die nächste Rolle Netz einlegen. Und wenn diese neue Maschine euer Interesse geweckt hat und ihr euch am liebsten am eigenen Betrieb von dieser neuen Klasse an Durchsatz und Ballengewicht überzeugen wollt, dann ruft es uns einfach an und vereinbart es euren individuellen Vorführtermin. Fürthech, danke!